Foundation-Vergleich. Ich beginne mit der CC Cream von Klee. Sie hat ein sehr, sehr glowy Finish und ist geeignet für trockene bis normale Haut. Ihre Deckkraft ist sehr, sehr leicht und sie passt sich extrem gut dem eigenen Hautton an. Sie sieht auf der Haut wirklich aus wie Haut, kein Make-up. Dann geht's weiter mit der BB Cream von Purito. Sie hat einen natürlichen Glow. Ich würde sagen, trockene bis Mischhaut ist da sehr gut geeignet. Sie hat eine leichte bis mittlere Deckkraft, passt sich auch hier wieder sehr, sehr gut dem eigenen Hautton an. Man muss nur darauf achten, dass der Unterton auf jeden Fall schon stimmt. Auch hier, man kann sie auf der Haut kaum erkennen. Jetzt kommen wir zur Heimisch Cushion Foundation. Sie hat ein natürliches Finish, nicht zu glowy, nicht zu matt, für trockene bis Mischhaut geeignet. Und sie hat eine solide mittlere Deckkraft, die aber doch sehr variabel ist. Sie passt sich supergute Haut an und man kann sie auch kaum erkennen, mein Favorit tatsächlich.